ZIT HALO ZUSAMMEN Und schön, dass wir wieder dabei sein bei der neuen TimeFested Wir spielen heute Unforgiven Triads The Darkest Crusade Es wurde am 15. Juni auf Steam released von Amaterasu Software Ich hoffe, dass hab ich richtig ausgesprochen würde 4,99 kosten, ist ein Abenteuer-Appetit und ihr könnt halt mit mehreren Kämpfern, die ihr euch aus 12 aussuchen könnt, in den Kampf ziehen und ich würde sagen wir schauen einfach mal rein. Ich spiele ja nicht so oft solche Spiele, das wisst ihr ja. Hallo Cronaut, da sollst du bestimmt gucken kommen, sag mir mal deine ehrenliche Meinung zu diesem Spiel. Ich würde sagen wir starten. Ich habe die Musik gerade ein bisschen leiser gemacht, nur ich muss aufpassen, wenn ich es sogar auf dem Kopf für mich angenehm habe, ist es meistens in der Aufnahme zu leiser. Deswegen habe ich es hier ein bisschen lauter. So, neues Spiel. The land is cursed. Dark Horrors have conquered the king of man. Countless brave adventures have attempted to clean... Boah ist das schnell. No one has returned. So, wie kann ich hier weitermachen? Ah, Leertester. We must recruit more men before the parties. Choose 4 brave adventures to accommodate us on our journey. Wie sie? Also kannst du hier noch 4 aussuchen. Wie sehe ich sie jetzt aus? Ah, ich muss anklicken. Watch out for that one across the table. I hear he is known for his sticky fingers. Okay. Don't say I did not want him. You see that bland drinking at the other table? I still didn't notice that we... He won't have any gold to pay for the wine. Do you know how I know that? I am the quickest and slickest dance. I can join you on your quest as long as you let me do a thing. Catch me drift? What do you say? Ach, come. Den wir mit. Nummer 1. Wer bist du? Willkommen? Ich schau nicht mal. Das ist die Fischegeld. Hallo Mädchen. I don't think I'll ever leave this place. I tried going east, but I did not manage to get past Ferris. Best advice I have. Save your money. Okay. Wer bist du? Willkommen zu R.A.M. Can I serve you? Erfreshment? Uh... Ich habe kann decide. Das ist die Kellnerin, okay. Hey there! I am the only one here who can use magic probably. Also Magier. They say they know magic, but they know nothing. I know you are looking for adventures. I can meet your mind. Ich kann mir Gedanken legen. The witches? Anyway, meet a wizard in your party? Ach komm, Willink! Die Zauberer ist auch nicht verkehrt. Willst du? I am the Totoriker. If you have any questions about the game, feel free to ask. Okay, erstmal leave. Komm mal, Willst du? I once went on an adventure with three other priests. Well, as you can see, I am alone now. Take my word and find yourself a devised diverse group of infantry. You know? Never know when the bizarre skill will come in handy. Okay? Got skills? Ah! You don't look like much. I don't want to carry that weight. Stranding Desert Island because some idiot captain... I am now the best damn archer in the world. We are going to east, right? My skills again are the strongest monster in the world. You seem stronger than the rest of these ones. Ah! Will we take it with? Yeah, come on, we take it with. So, we need one more. Hello, my son. Praise be the Lord. You are going on a quest to vanquish the evil from the lands. The noble tells the Lord shall not forget your brave deeds. Archbishop of this land is my holy city. Please, land of sin. You need a man of clothes in your fellowship? Will we take it with? Ah, come. Smart. No, that's not. Power is one of your side now. So, we have... We have... We have them. So, how come we now here? There come we out. Or are we here? I don't know. Ach, here we go in the house. Another one. No, there's a place. Okay. The next one! The next one! No. Eh, is there a limit? Let's go in the side. Maybe we go in the side? Ah, come on. The next one. No, no. Ach guck mal hier sind noch mehr Leute. Also müssen wir hier wieder runter. Vielleicht da raus. Du stehst im Weg. Ach da! Gucke mal, da ist der Ausgang. Ja, wir haben noch vier Mann. Okay, jetzt laufen sie alleine. Okay. Die attacken uns. Okay. Attack. Ja. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal wieder. Einer ist weg. Soll mir das jetzt sagen, er ist unsichtbar? Einmal. Attack. Attack. So. Miss. Okay. Backstab. Zack. Ja, haben wir den ersten Kampf da gut gemeistert. flipen. Hey, 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 hey. Er hat ein Schild. Den müssen wir also zuerst attacken, bevor wir da hinbeiden. AUSCH! Sollen wir ihn mal klauen? Ist die Gold, ist die Leitung. So, da. Dann attack. Dann attack. Dann attack. Na ja, mit dem Schild ist er schwierig kaputt zu kriegen. Na ja, mit dem Schildern ist er bestimmt kein FUN. Halt. No. Warte mal... So... Was ist denn? Eigentlich müsste man jetzt das machen... Ich sehe aber auf mir irgendwo eine Leiste... Finde ich den noch haben... So... Der Tank ist weg... Wow... Bam... So... Alle drauf... Na? Na, komm... Ich glaube der macht am meisten, oder? Bam... Jo... Ähm... Hm... Ein Tier... Das ist ein... Das ist ein... Ein Tier... Das ist ein... Miracle Miracle Try for me Mana Magic Aber nicht Aber nicht Gibt's hier nichts Irgendwas zum Heilen? Der eine ist schon echt angegriffen, ne? Eine kleine hier Wie kann ich denn Heilen? Okay, ein Sturm Attack Attack Nee, du nicht Eigentlich nicht Ja, einer ist tot xD Oh, ich würde mich schon mal gucken Meine Güte Natürlich nicht so doll Ich würde gleich mal gucken, wie wir die heilen können so ist das also ich würde auch sagen das reicht für die erste Runde ihr habt halt die ersten Gegner gesehen, den ersten Boss glaube ich, habt ihr gesehen war so ein einzelner ich vermute ganz stark, dass es ein Boss ist sagt mir mal, was ihr davon haltet wie gesagt, normalerweise spiele ich diese Spiele nicht falls ich irgendwas übersehen habe ihr könnt mir gerne sagen was ich noch machen muss was ich beachten muss wie man diese Art von Spielen spielt und ja ansonsten würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bye Bye